So besinnen wir uns auf die Segnung und lassen das Licht in Form von einer Lichtkugel entstehen, indem wir unsere wahren Hände aneinander legen, ein bisschen reichen, sie spüren, und unsere heiligen Hände etwas auseinander nehmen und spüren, wissen, wie durch unser Scheitelchakra Lichtgottes in unser Herzchakra hineinströmt und wie das Herzchakra durch die Arme sich verteilt und der Rest bis in die Zehenspitzen strömt und die Heilkraft Gottes durch unsere heilenden Händen jetzt strömt und spüren, wie die Energie der Segnung symbolisch als Kraft einer Lichtkugel in unseren Händen entsteht. Diese Energie der Segnung stärken wir durch ein Gebet, welches wir vom Herzen hinein sprechen. Du kannst alles in reiner Liebe reinsprechen, was dein Herz will, oder sprich mir einfach nach. Liebe lichtvolle, geistige Welt, ich bitte um Gottes Kraft und Führung der Engel. Ich bitte um Segen und Heilung für mich und meine Familie, für alle Menschen dieser Welt. Ich bitte um Segen und Licht, für meine Zukunft. Möge all das Lichtvolle und Sinnvolle mir auf meinem Lebensweg begegnen. Mein Herz ist offen für Gottes Frieden und Harmonie. Amen Du wirst die Lichtkugel in deinen Händen verstärkt durch ein Gebet noch intensiver spüren können. Und wenn du bereit bist, sie abzugeben, so schicke sie nach oben zu den Engeln ins Licht. Seid ihr sicher, die Engel fangen sie auf und arbeiten mit dieser Segenskraft an jeglicher Heilung. Und an deiner Lichtvollen Zukunft. Und irgendwann spürst du, dass die Hände schwerer werden, dann streiche sie aus, damit die Energie nicht unbewusst weiter fließt. Und lasse dir Zeit, noch dreimal tief durchzuatmen und zu spüren, wie die Segnung gut tut. Denn alles, was du tust, muss dir gut bekommen. Und wenn du bereit bist, in deinem Lichtvollen, in deinem Lichtvollen, in deinem Lied, in deinem Lied. Gegenwart anzukommen, zu öffnen deine Augen, spüre dich, strecke dich, werde wachen.